Hallo, ich arbeite hier in der Floristik. Wir bereiten hier die Blumen auf, schneiden sie schräg an und stellen sie in Bottiche. Wenn die Blätter schlecht sind, machen wir sie auch ab. Und wenn wir dann alle Blumen aufbereitet haben, kommen sie hier in so ein Bottich. Dann können wir uns drei bis vier Blumen aussuchen, dann binden wir die. Fürs Stadtfest haben wir heute auch noch Blumenkränze gemacht und Herzen und Papierblumen. Ich bin Paul Schnitzler und ich bin hier bei der Kleinkunstbühne. Ich bin Zirkusdirektor und kündige jeden an, der als nächstes dran ist. Ich würde gerne beim Stadtfest wieder Zirkusdirektor sein. Das würde ich beim Stadtfest gerne wieder sein. Wir sind jetzt beim Neumünström Shop und wir bekleben gerade unsere Marmelade, die wir gestern frisch gemacht haben, mit Stickern von Neumünström. Hier im Neumünström Shop haben wir uns schon vorbereitet für morgen für das Stadtfest. Die Kinder haben vielleicht schon sich T-Shirts selber bemalt. Die werden morgen verkauft, ansonsten werden hier noch viele weitere Neumünström-Artikel verkauft.